Sie spielen mittlerweile schon zwei Stunden und sie haben eine unglaubliche Ausdauer und es tut echt weh, wenn man getroffen wird. Das Ganze habe ich die Regel noch nicht verstanden. Also es ist im Prinzip wie Völkerball, nur dass man, wenn man getroffen wurde, einfach nur die Mannschaft wechselt, so lange bis auf der einen Seite keiner mehr da ist. Ein paar Verletzte gibt es auch schon, aber noch nichts Dramatisches.